WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, das ist ein大 Füß! Das ist ein kleines Füß. Das ist ein Baby. Das ist ein Dachau. Ein Dachau. Das ist ein Dachau. Banyuko. Ja, das ist ein Dachau. Banyuko. Ja, das ist ein Dachau. Ja, das ist ein Dachau. Warum ist das so weit, dass er auf seinen Namen reagiert? Nein. Ich muss nicht essen. Oh, das ist gut. Das ist ein Dachau. 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 Das ist eine Dachau. Das ist ein Dachau. Das hat sich um die Eilernchen. Für die die Besucher ist das Psyche schön. Für die Besucher ist das eine Dachau. Das eine ist scheiße. Die gibt es ein Dachau. Das ist das Dachau. Ja, da oben steht, geht nicht so leicht weiter runter. Die ist schon überfüllt. Oh Gott, ich will sowieso nicht den Berg oder auch keiner. Oh Gott, ich will nicht sehen. Lass mich auf die Seite geben. Ich will also sehen, dass die Rüste nach oben liegen. Ich bin jetzt vom... Ja, das geht doch doch schon. Der interessierte Wurtertonne noch nicht wirklich. Er hat schon ganz schön zugenommen. Das muss er ja. Das ist ja vier Monate. Da muss er schon was jetzt dritten haben. Und im Gegensatz zum letzten Mal im Winter. Da war er ja noch ganz klein. Ganz kleine Zwerge, die gerade auf dem Wohnzinschlausenthal. Da war er wirklich ein Neugeborener, wo wir da waren. Jetzt ist er schon nicht mehr so größer. Jetzt legt er sich hin. Einer ist gestorben, die anderen vier leben. Einer ist gestorben, die anderen vier leben. Sie sind wirklich lebendig. Der letzte, der gestorben ist, der ist schon fünf Jahre tot. Jetzt wird man davon abgesehen. Ja, da war er so alt wie ein Jochen. Aber seine Halbgeschwister leben. Der kann ruhig sein. Der kann ruhig sein. Trink das denn klein. Der kann ruhig sein. Der kann ruhig sein. Die schlafen und die schlafen. Der kann ruhig sein. Vielen Dank.